Guten Tag und herzlich willkommen auf Mini-Technik. Mein Name ist Igor Campana und heute darf ich Ihnen ein sehr interessantes Produkt vorstellen, das Belenia S-Book 1. Es handelt sich um ein Mini-Notebook, ähnlich wie der Asus EPC, das allerdings jetzt im Vergleich zum Asus EPC deutlich mehr kostet, nämlich fast 700 Euro. Allerdings hat das Belenia S-Book 1 eine wesentlich stärkere Grundausstattung, denn es hat eine 80 GB Festplatte, die fehlte Masus EPC, 1 GB Speicher und der 7 Zoll Bildschirm hat ein integriertes Touchscreen. Das heißt, Sie können direkt am Touchscreen Programme ausführen und mit Stift Sachen eingeben. Leider fehlt jedoch eine Tablet-Funktion, das heißt, ohne zusätzliche Software, die Sie sich selbst installieren, können Sie zum Beispiel keine Notizen jetzt aufnehmen. Das System basiert im Gegensatz zum Asus EPC nicht auf einem Intel-Prozessor, sondern auf einem via C7-Prozessor mit 1,2 GHz und es ist eine Single-Core-Variante. Das heißt, Multitasking ist jetzt nicht seine Stärke, allerdings die lange Akkulaufzeit. Dieses Mini-Notebook ist ja auch so sehr kompakt, dass es natürlich für Personen geeignet ist, die sehr viel unterwegs sind, die zum Beispiel im Flieger arbeiten möchten, im Zug arbeiten möchten und die eben nicht viel Leistung brauchen, sondern eben eine lange Akkulaufzeit. Für Office, Internet, E-Mails, Videos, MP3 ist es mehr als wie ausreichend. Zu den Anschlüssen haben wir hier eben Mikrofon und Kopfhörer, zwei USB, den Netzwerkanschluss, zusätzlich gibt es natürlich WLAN und hier einen SD-Karten-Slot sowie einen BVI-Ausgang. Ein sehr interessantes Highlight neben dem Touchscreen ist eigentlich dieses integrierte Skype-Phone. Das Skype-Phone wird über Bluetooth mit dem Notebook verbunden und kann eben Ihre Anrufe entgegennehmen, wenn zum Beispiel ein Bekannter oder Freund Sie über Skype anruft oder Sie jemanden natürlich anrufen möchte. Der Vorteil ist, Sie sind nicht an einem Headset gebunden und können einfach das Skype-Phone in die Hand nehmen und bis auf 10 Meter entfernt vom Notebook mit diesem Skype-Phone telefonieren. Auf den ersten Blick ist das Belinea S-Book sehr interessant. Es ist natürlich super light, weniger als mir ein Kilogramm. Der Test wird dann natürlich zeigen, wie gut es auch in jedem Umfeld ist. Und den Test finden Sie in Kürze auf www.minitechnik.de. Vielen Dank für Ihr Zustand. Wiederhören. Vielen Dank. 士 Labiere